Ich habe gehört, dass Schampai von dir aus der Absintheit entfernt wurde, in der Schwanthas Absintheit. Oh. 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 Dann bin ich, Jungfei, werde ich Zaupei zurücknehmen. Ich werde dich wieder verlieren. Geeta, einfach ein Moment. Ich werde dich unterstützen. Und ich auch. Deine Fehler sind unsere Fehler, Bruder. Bruder, lasst uns die Grunde hinter ihren Fuß. Willst du uns auch deine Hand geben? Ich bin dankbar, dass ich einen Alli mit so einer Kompassion und Ehre wie dir selbst habe. Zeig mal her. Wieviel haben wir denn da schon wieder? Ich kann mir zwar eher weniger vorstellen, dass es... Ich bin richtig, richtig, richtig. Da war so ein Siebener. Hört sich schon mal sexy an. Bist du teppert? Siebener Stufe ist schon sehr, sehr sexy. Hm, also ist beides auch in Brust. Ja, wenn, dann schon eben gleich. Die ist eh klar. Ja, das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen laut. Wäre lustig, wenn es da wirklich was besseres geben würde. Wäre aber wirklich lustig. Das wäre dann aber von irgendeinem anderen ein Oberer oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hm, okay, da haben wir auch wieder... Ja, da haben wir wieder beides. Hälteste Kriegers und alles drüber dran. Uiuiuiuiui. Würde ich auch gerne ändern die Ding. Würde ich definitiv gerne mal ändern. Hickl. Ja, da ist anscheinend was weitergegangen. Da ist definitiv anscheinend was weitergegangen. Woah jetzt halt mit Worte hochkommt, ich bin einer von Ehrener. Bist du nachisch. Geil. Wann wieder so ein Dschungel und so. So ein Stickerl wenigstens mal wieder zu mir ist. Ein Stickerl, Dschungel. Wir haben mal wieder was Für die Reisen Alles klar Eh nur die Sahne Okay Let's go Let's go Anscheinend eh nur das eine Ich bin gespannt Bin definitiv gespannt Aber es wird dann langsam Zeit Dass wir den Lubu dann wahrscheinlich dann Langsam bald herausfordern müssen Habe ich so das Gefühl Dadurch dass ich sowieso Eigentlich quasi jeden Auf Maximum Bringen möchte Werde ich schauen dass ich da halt Vielleicht den einen oder anderen dann da dazuhal Hätte ich gesagt gehabt Ja wollen wir gleich ja Weil die haben anscheinend eine gute Kombi miteinander Dementsprechend die kommen relativ gut miteinander aus Wieso sollte ich die dann In zweitrennen Da war ich schon fast zu Hause geschaut Wie könnte man da Vielleicht Das ist das ein oder andere Wege Gehen Ich gehe aber trotzdem Sicherheitshalber mal nach unten Ich gehe trotzdem mal nach unten Mal nachschauen Was da vielleicht mal wieder Da so am Start ist Ob ich nicht vielleicht sogar Irgendeinen in die Fresse kriege Jetzt aber ehrlich gesagt Nicht so aus Aber ich habe ja schon letztens Irgendwie Mir da Irgendwas erwartet Dass ich da wieder einen in die Fresse kriege Ihr warst nicht Fragt mich Fragt mich nicht Wieso ich dieses Gefühl habe hier Aber ich habe so ein starkes Gefühl Dass ich hier einen in die Fresse kriege Nicht normal Vicky nicht normal Aber ich habe so richtig das Gefühl Dass ich einen in die Fresse kriege Aber na gut Wie haben wir gesagt Schauen wir mal nach oben Schauen wir mal Wie es oben Abgehen könnte Ne 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 Einmal den hier Ich glaube der Bray hat das gesehen Ja Und wie er es gesehen hat Und wie Und wenn er aufhört kommen Wird er wieder ganz anders taschen Lass dir Zeit Lass dir Zeit Wir warten ja eh nur Und penetrieren nicht von allen Seiten Na geil Geil Lass doch ruhig Zeit Von allen Seiten penetrieren wir Und tschüss Babali So geht es Babam Gönsteli Gönsteli Ich habe so Das Gefühl Genau Dass du der ein oder andere Ein und Dreißiger hier haust Bin aber trotzdem gespannt Oder was da Wieder für ein Bosskampf Da am Start ist Schnell Wieso geht keiner Auf den scheiß Beschissenen Hund los Kein Juckt den Hund Keinen Wieso nicht Wieso juckt niemanden den Hund Da drinnen ist was Aber ich habe gesagt Da drinnen Oder unterhalb Ja das ist vielleicht So ein Tunnel geben könnte Blumen Wer hat es nix gesehen Ne Das muss dann unterhalb Dann wo sein Anders kann ich es mir Jetzt Nicht vorstellen Wie das sonst Möglich wäre Das muss irgendwo unten sein Safe 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 Und wie wir selbst Unten waren Ja genau Da haben wir eh schon den Weg Haben wir selbst Dann noch gar nicht Ich habe mal was gesehen Gab Ich habe einmal gesagt Ich habe gesteckt Gehen wir hinein Ich frage mich da aber wieder Was ist da hauptsächlich Das Ziel Das haben wir nicht Hab aber Wo sich der Haarwager da auffällt Okay passt Ich denke mir nur so Röder Wumfer Aber egal Hauptsache die Flaggen Die sind wichtig Die sind ganz ganz wichtig Ich wollte gerade sagen So da ist eh schon der Haarwager Gott sei Dank noch nicht Wir werden schauen Dass wir da mal In der Umweg gehen müssen Schmeckt Dass der das Geworfen hat Ist aber fies Dass der das Geworfen hat Ist aber richtig fies Biss Du Teppert Hätte echt Nicht sein müssen Der ist ja eh schon Geh Immer Gebüte Du Zerbüdel Ein bisschen Was könnt ihr jetzt schon machen Geh Leilen Ein bisschen Wenigstens Zumindest Das müsste nicht einfach Nur gut ausschauen Naja Ich hab da AVO Kein Blotz Ich hab AVO Kein Blotz Kein Blotz Okay das schaut Mal Das schaut Einfach nur zu Wie da Erledigt wird Das hätte mich Locker kriegen können Locker Das hätte mich Locker kriegen können Safe Was haben wir denn da Wie du schönes Sehr sehr gut Da kommen wir wieder Krippen Bis der Schmeckt Der Hund Der Hund Scheiß Magi Scheiß Magi Ist so ein Wichser Teilweise Das ist Abnormal Der kann aber Auch ab und zu Richtig schnell Beschwören Da wundert man Sich dann doch So Wie geht das Komme ich wenigstens Rüber Ja Gott sei Dank Ich werde aber Den Haverer Abschießen Summonate Ab Sofort Instant Oh Brudi Kannst Ein bisschen Nicht In Schessen Geh Egal ob Du jetzt Ein 20 Bist Das ist Ein bisschen Schon Ein bisschen Dementsprechend Scheiß Ich glaube Da kommt Dann bald Was Also Sind eh Noch Die Zwei Oder Noch Einer Mit dem Phönix Da Was Will Man Sich Dann Da Warten Hier Geht Schnell Alles Zu Ende Ganz Ganz Schnell Müssen Wir Da Aufpassen Hätten Vielleicht Ist Irgendwie Auch Schön So Von Den Haaren Da Aber Na Gut Wenn wir Nichts Gesagt Haben Hätten Musst Die Vielleicht Aufheben Sollen Aber Egal Nächste Flagge Ist Mal Wieder Vorprogrammiert Und Andere Saftige Kiste Ja Auch Noch Das Gute Wieder Drachen Es Kommt Sehr Gut Und Sehr Wild Und Sehr Gefährlich Na Ist Wirklich Cool Gut Dass Wir Da Wieder Was In Die Richtung Gekriegt Haben Brauchen Wir Immer Können Wir Immer Gebrauchen Passt Da Gehen Wir Jetzt Gerade Aus Dann Gehen Wir Mal Nach Rechts Dann Nach Links Und Dann Wird Eh Schon Bald Der Wichser Auftauchen Hätte Jez Mal Gesagt Kommt Bisschen Städeln Aber Na Gut Wenn Ich Wenigstens Dich Kriegen Könnte Ja Genau Hätte Wenigstens Gut Passt Lass Ich So Stehen Was Alter Der Macht Blitze Das Ist Ja Witz Alter Welcher Hund Alter Macht Schon Wieder Blitze Kann Nicht Mal Abschießen Weil Das So Schnell Ist Richtig Schnell Mit Das Geht So Nicht Aus Ich Mache Jetzt Mal Gemütliche Runde In Dem Schauen Ne 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 Von Das Mal Eh Auch Kummern Genau Dass So Eine Mutierte Version Mal Wieder Am Start Ist Das Ist Mal Wieder Der Klassiker Des Todes Aber Spielen Mal Wieder Um Säckerl Wart Mal Ich Frage Trotzdem Wie Wir Die Spielen So Was Kennen Die Was Kennen Die Außer Da Zu Sein Und Punkte Abzugeben So Man Etab So Man Etab Aber Bei der Weile Habe Ich Noch Nie Wirklich Da Irgendwas Mitgekriegt Für Die Spinnen Dass Die Was Kennen Ganz Ehrlich Gestehen Wenn Nichts Schießen Er Ob Nichts Wow Wow Woh Woh Traurig Ha Woh Woh Nichts Woh Wenigstens Vielleicht Schauen Und Sie Losgehen Was A So Liegt Oben Oder Alles Drüben Müssen Unbedingt So Schnell Wieder Ab Naja Jetzt Ist Auch Schon Wider Wurscht Was Unten Bin Mhm Gönn Die Gönn Die Gönn Magie Da Hätte Wenigsten Was Folgen lassen Können Sau Min Hat Definitiv Wenigsten Was Da Lassen K wheat Das ist ein Schuss für die ganze Abschüsserei. Okay. Jo, Digi. Servus. Grüß dich. Schön fest. Das nehm ich einmal. Und das nehm ich auch einmal. Und das nehm ich auch einmal. Und das nehm ich auch einmal. Ja, dreimal bist du Deportabra. Bringt sich aber trotzdem nichts. Bringt sich überhaupt nichts. Aber es ist eh wurscht. Wir kriegen eh jedes Mal von dem da was. Dementsprechend kannst du dir was holen lassen. Doch, doch. Das tausend komm ich nicht wert. Traurig. Irgendwie. Aber da werd ich nicht wert kommen mit dem. Sag ich so wie es ist. Passt. Schau wir siehs noch einmal. Ist nicht jetzt halber an. Ich weiß eh, dass da nicht wirklich was Besonderes dabei rauskommen wird. Aber. Hm. Weil dann wärs schon wieder geil, wenn du ein Set wärst. Nein, das wär schon mal cool. Gut. Schau wir beim BM vorbei. Wir haben auch schon wieder alle Flaggen. Wir waren auch schon wieder sehr, sehr fleißig. Ich hab's das Gefühl, dass es hier wieder einmal ein bisschen dezent eng werden kann. Aha. Oh. Oh. Von der Seite, Alter. Muss ja gar nicht heißen, dass es hier ist. Gell. Jetzt nochmal kurz dazu gesagt haben. Ich wär da grad jetzt im Bügel lieber vorsichtig. Ui. Und? Ähm. 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 Aha. Ihr könnt sie ruhig angreifen. Gell. Ich würd nicht so seh. Ich lass die Dame ganz euch. Mir ist es wurscht. Der eine Schlag, Dacke, Kuhn. Der eine einsame Schlag. Digga. Ich muss aber nicht heißen, dass er das ist. Oh. Ja, ma'am. Ja, ma'am. Wenn wir nicht Spaß haben. Dann können wir uns nicht Spaß haben. Dieser Welt kann zu viel sein. Ja. Wahrscheinlich am Ende der Mission ist er doch irgendein Top-3-Quid-geheimes Item und wir... Wir gehen gleich zu ihm. Nein. Ab ins Dorf. Wir können wieder was aufwerten. Wir haben Stufe 7 Leute. Wir haben Stufe 7 jetzt dann bald. Let's a go. Bin gespannt. Bin gespannt, ob's da weiter geht. Also. Einzige Sachen werden wir auf alle Fälle auf tun können. Auf alle Fälle. So. Dadurch, dass wir auch ein bisschen hier sind. Würde ich mal sagen. Gottes Bestien. Also das ist... Ach so. Ich glaube, wir haben jetzt einfach nur eine verstärktere Revision. Glaube ich. Davon. Nehme ich jetzt einmal stark an. Ich fand das irgendwie komisch, dass das doppelt war. Moin, Süß Christi. Alles Gäuse Pilete. Wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Haben wir irgendwas Zaubertechnisches? Ui. Ja, da geht's aber leider noch nicht weiter. Aber... Da muss ich noch ein bisschen was leisten. Da geht noch nichts weiter. Da geht definitiv noch nichts weiter. Super. Hätte ich mal gesagt gehabt. Schauen wir mal bei dem Hava rauf vorbei. Wegen Belohnungen. Auf köstlich-schmöchtlich. Gibt's da was, Chefe? Kannst du da wohl... anbieten. Das wär's. Mh... 6300. Ja... Diesmal wenigstens ein bisschen was anderes, ha? Sonderhoes. Sonderköstlich-schmöchtliches. Uiuiuiuiui. Ja, wie wär's mit so einem Bogen oder irgendwas? Ja, wow. Und dann gibt da noch so einen Drecksbogen. Super. Ja... Mit einem dreierstufigen Postmanetter... Die...